1-3 ist bereit. Over. Lichtes Wetter. Kommt dann zu euch. Out. Das ist Cole. Warum zum Teufel füllen den Stromtrupp an? Irgendwas stimmt gar nicht. Okay. Knips die Lichter aus. Wir müssen die LZ abdunkeln. Fang an, wenn du bereit bist. Okay. Schalte die Lichter an der Parkplatz-LZ aus. Dann habe ich den nicht getroffen. Guter Schuss. Hä? Beeilung. Sie können erst landen, wenn es da unten dumm ist. Wom treffe ich das denn nicht? Noch zwei. Mehr davon. Hm. Okay. Guter Schuss. 1-4. LZ gesichert. Habe Sichtkontakt. Over. Verstanden. Ah, da. Okay. 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 Da kommen die Jungs raus. Verstanden. Wechsel zu Thermansicht. Achte auf die Infrarot-Rachen. 1-4. Wir haben Sichtkontakt. 1-3. Mach die Straße für uns frei. Verstanden. Wir müssen für Sichtkontakt nachher. It's over. Geh in Position. Wir müssen die Straße für Sie säubern. Yeah. Sieht echt geil aus. Okay. 1-4. Sind in Position. Over. Verstanden. Rücken vor. Was siehst du, Blackburn? Scheiße. PLR. 1-4. Warten. Feind voraus. Angreifen. Over. Orientiert durch eine Indienposition. Geht nach rechts über der Straße. Stimmkall auf den Balkon. Schaltet ihn aus. Guter Schuss. 1-4. Ihr könnt los. Rücken jetzt vor bis zum OP-Bravo. Over. Verstanden. Komm schon. Los. Okay. Kempo. Wir sehen uns unten. Bis gleich. Okay. Sicher. Gehen wir. Planze. Runter. Los. Die Gasse da vorne. Komm. Ziehen die uns nicht? Achtung. Männer am Fass. Nicht angreifen. Okay. Du zuerst. Ich hebe dich drüber. Ich hebe dich drüber. Ich hebe dich drüber. Ja. Warte. Ich hebe was gesehen. Scheiße. Bist ein Typ, der die Straße beobachtet? Orientier dich am Neonschiff. Links. Erster Stock. Der Typ im Freien. Erledige ihn. Und das mit den ganzen Gegnern hier? Okay. Mir nach. Schnell, bevor sie zurückkommen. Schön die Leiter rauf. Nicht übel. Das Wetter könnte besser sein. Ich hasse so ein Regenwetter. Jetzt? Hier, Misfit 1-3. Sind bei Treffpunkt Bravo. Verstanden. Wir warten in der Nähe. Zwei PLA-Sorgaten versperren den Weg. Schaltet sie aus. Over. Verstanden. Geben wir in Deckung. Verstanden. Vorwärts. Da sind sie. In der Straße. Vor uns. 50 Meter. Rechts vom Bell. Scheiße. Mach sie kalt. Schnell. Guter Schuss. 1-4. Ihr könnt losgehen. Verstanden. Gehen jetzt los. Gib ihnen Deckung, während sie laufen. Okay. Bleib in Deckung, wenn du da unten bist. Hier lang. Ach so. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ups. Hals 3 wartet. Weitlicher Konvoi. Platongröße. Kommen nicht zum Treffpunkt durch. Verstanden? Roger. Haben verstanden. Such Alternativen für unten zum Treffpunkt Charlie. Out. Genau. Bleib in der Nähe. Wir nehmen die Iber 4. Schönen Sie sich hier. Okay. Kempo. Miss Fizz 3-1. Meint nicht im Funkpatron, ihr kommt auf euch zu. Verstanden? Roger. Haben verstanden. Leise jetzt. Nimm dein Messer. Oh, scheiße. PLR. Uiuiui. Ruter. Nicht anhalten. Lauf. Lauf in meiner Nähe. Ich versuch's. Das wird die Leute. Komm. Ja, kommt schon. Bleib bei Kempo. Komm Kempo. Komm, Kempo. Du willst also, dass ich vorgehe? Was hat er nicht direkt gesagt? Ich hab darauf gewartet, dass du was tust. Oh, da bist du schon. Da ging aber auch schnell. Geh da hoch. Oh. Eieiei. Ja, jetzt weiß ich das. Oh, da ist auch noch einer. Oh, da ist auch noch einer. Toll. Dann mal los. Toll. Na, die Treppe. Wir können zur anderen Seite des Blocks rüber. Super, yo. Ja, dann komm. Mach auf. Scheiße. Halt dich bereit. Ach, du Kacke. Das ist es. Das ist der Scheißraum. Hier haben sie's gemacht. Dafür werden sie noch bezahlen. Oh, scheiße. Misfit. Hier Misfit 1-3. Ich bin am Treffpunkt Delta. Hier ist was. Verstanden? Geht's auch etwas genauer, 1-3? Ich habe Beweise vor mir, dass an dieser Stelle Corporal Miller exekutiert wurde. Kamerang, alles andere. Was zur Beschreibung? 1-3, bist du sicher? Ziemlich sicher, ja. Okay. Ich schicke so far. Ich schicke so far.